Moment, egal, Schädchen, herzlich willkommen zu dem Olympischen Spiel von Tokio 2020, dem originalen Supertitel mit Christian. Hallo. Wir werden uns jetzt hier sportlich betätigen, hier gibt es ein paar Auswahl. Jonathan ist der absolute Olympia-Crack bei uns. Alter, null. Sind die Tokio Games 2020 eigentlich jetzt gewesen oder sind die auch verschoben worden? Die kommen jetzt noch, aber ohne Zuschauer. Tatsächlich. Ganz ohne Zuschauer. Lasst einfach hier mit 100 Meter Lauf anfangen, eben Klassiker. Weißt du, wenn ich an Olympia denke, dann ist das dein Erster. Ich spiele übrigens mit Controller, wir wissen gar nichts von der Stelle. Aber wir spielen jetzt gegeneinander Olympische Spiele. Portugal gegen Deutschland. Oder eventuell gewinnt noch einer der NPCs. Scheiße, man darf niemand spielen. Drücke A, sobald los siehst. Endspurt wiederholt drücken. Okay. Superstart, halten, wenn fertig verschwindet. Was? Nach vorne leben? Warte mal, was soll ich halten, wenn er verschwindet? Was denn für eine Anzeige? Was für eine Eingabe? Ja, okay. So schwer ist das hier. Ja, easy. Halten, wenn fertig verschwindet. Also, warte mal, weiter. Kann auch weiter drücken. Warte. Okay, kein Fehlstart jetzt. Dachte mal, ich trete für Portugal an. Ja, klar, siehst du, Leute. Du bist eine kleine Dicke. Ja, was soll das denn heißen? Wie lustig. Du bist ein richtig guter Laufgeschwindigkeitsstück. Wenn du einmal in Geschwindigkeit kommst. Wieso habe ich denn so wenig Laufgeschwindigkeit nur? Ja, ich bin... Nur weil ich so wenig... Ich habe mich extra aerodynamisch gebaut. Wenn Masse einmal in Bewegung ist, dann lübt der Hase. Oh, oh, oh. Alter. Boah, jetzt ist es richtig spannend. Auf die Plätze. Boah, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir sind direkt nebeneinander. Starten eigentlich auch Frauen mit? Das ist doch irgendwie... Ja, klar. Dann ist es jetzt... Wir sind ein bisschen fortschrittlicher geworden. Ah, ja. Okay, sobald loskommt, geht's los. Ja, richtig. Oh, yeah, Junge, Junge. Alter, ich schneide es um. Was muss ich denn drücken? Boah, Alter. Hä? Ich muss die ganze Zeit nach oben drücken. Das hat irgendwie nicht... Bei mir ging das die ganze Zeit. Guck dir das an. Alter, ich bin neukomma... Neuer Rekord, Junge. Ich bin neuer Rekord geflapft. Wie kannst du denn schneller sein als ich, wenn ich erster bin? Oder warst du schon im Ziel? Hä? Lass mal... Was? Ich hab dich überholt. Hä? Ich hab dich überholt. Wo denn? Ich bin schon weg gewesen. Ja, warte, pass auf. Ja, und jetzt? Die wieder... Ja, wo denn? Da komm ich. Du bist immer weg. Da komm ich und dann bin ich im Ziel. Hä? Wie kannst du denn weniger gelaufen sein? Du hast dich annähert bei mir in der Nähe gewesen. Ich hab dich überholt. Gar nicht. Bei mir 0. Was lagst du denn? Ja, it's rewind time. Oh yeah! Was muss ich denn drücken? Ich hab dich überholt! Goldmedaille für Portugal! Scheiße, was ist das denn? Die Silbermedaille! Schiebung! Alles Schiebung! Als ob du bei dir... Ich krieg Punkte! Ich bin Erster geworden! Ja geil, andere Disziplin! Was ist jetzt los? Achso, aus Versehen habe ich einen zu weit gedrückt, aber perfekt! Alles perfekt gelaufen! Verlierer darf auswählen! Ich kann nichts auswählen! Wann möchtest du haben? Ich kann doch runter gehen! Alter Weitsprung, da sehe ich mich! Wo ist Weitsprung? Weiter oben! Da! Alter, die Musik! Die ist im Menü-Musik! Die macht mich jetzt schon kirre! So übel generisch! Aber ich finde es ganz knuffig gemacht, so wie die Leute aussehen! Das ist ganz gut gelöst, finde ich! Ja, ich glaube, zu mehr ist dieses Spiel auch nicht fähig! Okay! Mit linken Stick spring ich? Achja, wie mein Steuerhub! X oder B Landung! L und R! Klatschen? Warum soll ich denn klatschen? X oder B Landung! Okay! Okay, desto schneller werde ich! Ja, verstanden! Alter, wie du weggezogen bist am Start! Das ist ja der Shit gewesen! Ja, okay! Landung? Was muss ich denn bei der Landung machen? Das wird super! Ich fliege nicht so weit! Der Newcomer! Ja, komm! Wenn du so eine richtige Kalonzüge bist! Okay, ich starte... Achso, ich darf... Wir starten gleichzeitig! Okay! Warum kann ich noch nicht steuern? Man darf starten, wenn man will, glaube ich! Boom! Catcher! Kann man gedrückt halten? Ich habe viel zu früh gedrückt! Kann man gedrückt halten, den Knopf? Oder drückst... Drückst du mehrfach? Oder hättest du ihn drückt? Ich bin 54 cm! Was war denn? Welcher denn? Ja, den Knopf zum Rennen! Drückst du den mehrfach? Den habe ich mir mehrmals gedrückt! Okay! Irgendwie bist du da viel... Oh Gott! Oh Gott! 5 Meter 1! 4 Meter 8! Ich habe viel zu früh gedrückt! Wie, das war es schon? Wir haben... Ne! Drei Versuche hatten wir! Okay, okay! Start! Beschleunigen! Huuuui! Das waren über 6 Meter! Der war richtig gut! Ich habe ihn nochmal getreten! Nein! Hast du da gedrückt gehalten oder öfters gedrückt? Ne, ich habe drauf gehämmert mit meinem rechten Zeigefinger! Fuck! Alter, das ist voll schwer! Das ist viel schwieriger als laufen! Oh ja! Alter, Akintola! Nur Akintola schlechter hat sich zwischen uns gesetzt! Wir müssen da was machen! Bartosch muss weg! Komm, das ist doch nicht so viel! Letzter Fall zum Start! Okay! Da wird nicht mal geklatscht! Keine extra Motivation hier! Boah! Das waren so fast 8 Meter! Was? Wieso bist du 8 Meter gesprungen? Guck dir das an! Ich bin um 19 cm gesprungen! 7 Meter sich! 7,6 Meter! Weltrekord! Wie hast du es geschafft 7 Meter zu springen, Junge? Ich bin einfach krass! Ich bin 5,1 Meter gesprungen! Ich bin letzter! Nicht übergetreten ist für uns schon was! Guck dir das an! Und... Flupp! Wie hast du es geschafft 7 Meter zu springen? Was hast du gemacht? Ja, gedrückt und gesprungen! Also... Und die Landung habe ich noch gemacht mit B! Du musst nur einen Knopf drücken für Landung! Dann hat der sich noch so... Oh, das habe ich vielleicht nicht gelesen! Oh, das habe ich vielleicht nicht gelesen! Was? Scheiße! Meine Damen und Herren! Bitte heben Sie sich für den deutschen Nationalenklub! Alter, ey! Portugal komplett versagt! Belastend! Blüüüüüüüüüüü im Lichte! Danke schön! Hey! Oh, God! Die Spiele sind eigentlich ganz geil! Vor allen Dingen dauert das nicht wie bei der Switch zehn Minuten, bis man wieder im Lade-Ding ist. Ich möchte jetzt Sportklettern machen. Ich will wissen, was das ist. Weißt du, sind die Bouldern oder so? Oder Bouldern? Keine... Weiß ich nicht. Ich finde auch, man könnte einfach Sportklettern sagen. Als ob man... Als ob Sportklettern olympisch ist. Ja, aber die watzeln doch in acht Sekunden sind die doch da oben, oder nicht? Ja, voll krass. Aber wenn ich mit L klettern und auch springe, wie geht denn das? Okay, ich bin bereit. Hallo? Ich versuche gerade zu verstehen, wie das geht. Achso. Ich raff das schon gar nicht. Okay. Gut. Wenn ich jetzt... Der Newcomer! Immer der Newcomer. Warum muss ich denn mit rechten Stick auch spielen? Ich verstehe das auch. Wirf dich mit in Pose. Hier. Da. Zack, Junge. Hast du den Signature gesehen? Den hast du auch direkt gemacht. Ach, wenn wir dich weiter drücken, zeig ich dir die nochmal. Ja, okay. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert. Ich habe auch gar keine Ahnung. Bereit! Los! Los! Achso! Achso! Hä? Komm schon! Der Weg nach oben! Oh mein Gott! Ich habe das erst nicht kapiert! Boah, das klappt! Mann, schon wieder Niederlage! Er freut dich doch nicht immer! Er verlierst du Lusche! Er freut sich jedes Mal! So eine Scheiße! Alter, ich kriege hier so viele Achievements. Das war aber auch echt knapp. Das war wirklich knapp. Ich bin fast noch runtergefallen. Ja, ich bin auch mal kurz davor runtergefallen. Und dann hast du mich irgendwann überholt. Ja. Ja, einen Sprung habe ich, glaube ich, auch gemacht. Also, ich verstehe das eigentlich nicht. Ah, wie ein Lucky. Warte, ich habe Sportklettertipps freigeschaltet. Mhm. Ja, krass. Guck mal, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wie kann denn da jemand dritter sein? Wir waren ja nur zu zweit. Ja, das ist doch easy. Jamaika hat sich voll dazwischen gefudelt. Das ist easy. Was gibt es denn eigentlich alles so? Ja, Boxen, Tennis, Beachvolleyball, Fußball, Basketball, Baseball, Hürden, Hammerwerfen. Alles Mögliche. Was wollen wir noch machen? Ich weiß nicht, ich tue das auch so. Das Spiel war Tennis. Im Einzel. Ah, sehr gut. Okay. Das wird super. Jetzt mache ich dich fertig. Ich lasse mich hier nicht nochmal nach dem Klettern. Also, eine Runde habe ich geschafft und danach kriege ich nur noch auf den Sack. Jetzt kommt Tennis-Ass-Jay. Portugal. Der Newcomer. Der Newcomer. Okay, ich drücke jetzt mal die Pett links. Oh, da kommen die Küsse ins Publikum. Zu krass. Zu krass. Boah, ich sehe meinen Mauszeiger. Das ist so gut. Oh, das ist Aufschlag. Die Ballannahme. Die Ballannahme. Ha! Was ist das? Wieso geht der Ball nicht dahin, wenn ich nicht hindrücke? Da stich. Komm, du läufst jetzt eine Runde. Ja! Wie der da vorne angegriffen hat. Als ob, ey. Der ist ja voll nach vorne gestört. Aber der Ball geht nicht nach links, wenn man nach links steht. Also, irgendwie ist das seltsam. Ich wollte nur das gleiche machen wie du. Ich bin so scheiße. Kacke! Das ist nur Aufschlag. Oh! Oh, lauf! Als ob! Lauf! Jetzt! Ja! So, ja. Lassen wir doch hier die ganzen Bruder vom Brot nehmen. Wieso habe ich die ganze Zeit Aufschlag? Das ist voll geil. Ja, ja. Also, du hast ja... Bis das erste Spiel vorbei ist. Oh, nein! Oh, der lobt. Ja! Okay, 30-30. Komm, ich muss das Auslatsspiel gewinnen. Das ist wichtig. Na, Aufschlag spielen muss man ja. Oh, was? Was? Warum schlägt der? Hä? Was? Spielwahl. Scheiße! Komm, dein erstes Spiel. Oh, leu. Was ist denn mit dir los? Yeah! Höchstgesch- 152 Stundenkilometer waren da nicht sauber. Viel langsamer aus. Wie die nur volle Leben haben. Ah, da ist der Lob! Das ist das Spiel! Warum hat er denn nicht den Superschlag gemacht? Ich drück die Geltung, ey. B und A. Hä? Oh, was? Warum macht er das nicht? So ein Kack. Können wir mal ja das Spiel ohne Superschlag. Gucken wir mal mal. Schlecken. 105,2. Ich schlage aber nicht so fest wie du, ey. Oh, oh Gott! Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Was? Bäm! Oh, hab ich. Mann, ey! Ich bin so ein schlechter Tennis-Spieler. Das ist nicht mehr normal. Als ob du jetzt hier dich auch noch groß bewegst. Oh! So! Ich geh kap... Ey, ich... Ich hab keine Schnitte gegen Christian. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt aber. Da komm ich nicht dran! Da komm ich da nicht dran! Ey, ich hab da keine Schnitte gegen mit. Das kann nicht wahr sein. Ja! Endlich, endlich hat das mal gecheckt, dass du scheiße warst. Also ich. Ich bin gespannt, ob du... Alter, wie viele Tipps nicht frei... Meteor, Magier, Genie. Der hat mich voll kaputt gemacht. Wir wussten einfach nur gar nicht, wie der... Mal gucken, ob jetzt wieder einer um... Ja, klar! Selbstverständlich! Ich hab die Steller-Medaille für meine absolute... Tennis-Eins gegen Eins. Polen ist Dritter geworden. Ich bin so mies. Ich will jetzt irgendeine... Ich möchte jetzt irgendwas gewinnen. Do it. FIFA. Oh, Fußball. Oh, blau. Okay, ich geh raus. Das ist wie FIFA. Da hab ich jetzt Vorteile. Das ist besser als FIFA. Dann wär der Shit, wenn das wie FIFA ist. Wobei, warte... Nee, das ist Sega. Das ist jetzt nicht eher wie Pro Evo. Okay. X oder B ist... Schießen, Grätschen, Einwurf, Mauersprung. Passen, Passen, Erobern. Oh, Schießen ist... Okay. Ja, moin. Guck mal, die erweiterte Steuerung. Ach, du Schein. Abseitsfalle. Rechtsantäuschen, linksabsteuern. Nein, Abseits. Schussantäuschen. Oh mein. Wie viel antäuschen man kann? Das ist besser als FIFA. Abseitsfalle. Athletenwechseln. Oh, LB ist wechseln. Scheiße, was war rennen? Kann man rennen? Bewegen. Man kann nicht rennen? Brauchen wir auch nicht. Wir spielen den Ballbesitz Fußball. Das wird schon. Da muss man nicht rennen. Wie viele Spieler... Oh, jawohl. Komm, Ronaldo. Mit Anstoß hier. Spielen wir jetzt die alle? Oder spielen wir nur hier den? Oh, du bist die 1. Wo ist die 1? Du bist die 1. Trigo ist ein bisschen... Was ist das für deutsche... Wir spielen hier... Was war da? Villa Real oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe... Ich spiele 4-3-3. Was ist das für eine Kamera? Keine Ahnung. Ich dachte... Geht was los? Aber wir haben mich weiter gedrückt. Oh mein Gott. Ich dachte, es geht jetzt los. Okay, nice. Oh Gott. Die Steuerung ist ja mal ganz schrecklich. Nein! Danke! Hä? Ey, Leute. Falsches Tor. Pass auf. Rechtsantäuschen liegt es ein. Oh! Der Übersteiger! In den Laufschluss! Geht mir die Spieler! Boah! Oh Gott. Voll das Knopf. Alter, ist das eine Scheiße! Oh, Ecke. Oh Gott. Das ist ganz grausam. Oh Gott, das war viel zu... Wow! Jetzt auf zu gerade. Du kannst fast ein Eck verschießen. Wie nice ist das denn? Ey! Oh. Nee, du hast den Ball noch. Hä? Mann, nimm doch! Oh! Eins auch! Drüber gesprungen! Flanke! Loll, was? Ich hab gedacht, du hast den Ball, deswegen hab ich nicht geschossen. Mann! Nein! Ist das geil! Nein! Tor! Komm, jetzt! Ja! Ja! Der sexy DJ gekontert! Boah, war das schlecht! Alter! Kann man das für mehreren spielen? Bitte, bitte! Das kannst du mit vier Leuten spielen! Oh mein Gott! Das ist für den absoluten... Boah! Ey, du stehst übrigens beim Anstoß in die falsche Richtung, Freundchen! Es ist eher Halbzeit. Nachspielzeit! Abseits! Ja! Hab ich meine Abseitsfahrer rausgeguckt? Ja, das hat man schon gesehen. Hast du gesehen? Da warst du mit vier Leuten im Abseits. Ich hab sie... Ich hab sie gerochen, aber ich konnte nichts dagegen tun. Die Freistoß! Das ist Abseits! Jetzt Attacke! Renn doch! Ja! Das wäre die Goal! Wo ist die deutsche Abwehr? Hahaha! Da stand Rüdiger aber ganz schön schlecht. Wo hat der da hingegrätscht? Ich weiß nicht, wie man rennt. Ich glaube, wenn er einmal am Spiel vorbei ist, hast du echt verloren. Weil, das ist ja gar nicht... Das ist ja gar nicht Rüdiger. Kunz hat schlecht aufgestellt. Wieder gegen die Nachspielzeit! Oh Gott! Oh Gott! Was tut der? Was tut der denn? Was tut der denn? Treffer! Was war denn das für ein Abstoß, Junge? Das war... Das war Witzel. Ja! Axel Witzel. Deutsche Witzel. Ey, das ist die längste... Ja, genau! Sehr gut, Schießricher! In die Nachspielzeit! Ey, das ist doch wieder FC Bayern gekauft hier! Ja, guck mal, auch Deutsche in der Schüsse, der Leerplätze... Bei Besitzfußball würde ich sagen, ist jetzt nicht bei mir! Oh, Positionwechsel? Alter, ich kann jetzt hier umstellen. Das mache ich aber nicht. Wie du Positionswechsel machen kannst. Wieso sind wir eigentlich C-? Finde ich ein bisschen frech. Naja, mal besser als D+. Anstoß für Deutschland. Oh, Alter! Ja, der Übersteiger... Oh! Mieses Fall! Nein! Ja, mach doch mal der Abseitsfalle! Da ist der Lupfer! Nein! Abstoß! Ja, Abstoße kann ich nicht! Da macht der... Oh, macht er gut! Was? Hallo! Mit Spieler! Wie rennt man überhaupt in dem Spiel? Kann man nicht! Die kann man nicht! Ja, sag ich ja! Geht nicht! Was ist denn jetzt los? Was ist, dass man in dem Spiel nicht retten kann? Deutschland! Lächerlich! VAR! Warum rennst du weg? Renn nicht vom Ball weg! Da, Steinpass! Gib mir doch nicht immer einen neuen Spieler! Passen! Klären! Ja! Oben! Und Grätsche! Unten! Was? Unten! Grätsche! Der gibt mir mal den falschen Spieler! Hör auf zu wechseln! Komm jetzt! Äh! Jetzt hab du mich gerade ausgedribbelt hast! Aber so weit von! Ach, schade! Oh, jetzt konter ich! Oh! Ja, Hummels hat aufgepasst! Ist ja gar nicht Olympia dabei! Oh! Okay, LB ist nicht dieser krasse Schuss! Ey! Was war das denn? Ich hab gar nichts gedrückt! Ich bin egal! Dann krieg ich den Ball! Gib mir deinen Ball! Was tut du? Was tut du? Schuss! Scheiße! Nein! Ausgleich! Wieder in der Nahspielzeit! Ich fühl mich so betrogen von dem Spiel! Das kann doch nicht! Was passiert denn jetzt? Gibt's Nahspielzeit? Also Verlängerung? Die es denn gibt, ne? Oh mein Gott, nein! Ja! Das ist so lächerlich! Das ist so lächerlich! Das ist so lächerlich! Was passiert denn jetzt? Ja, erstmal Verlängerung, oder? Keine Ahnung! Ja, 71% Ballbesitz! Pässe besser! Mehr Schüsse! Also, da sehe ich Deutschland oder sowas von vorne! Das ist die deutsche Comeback-Mentalität! Oh Gott, das ist wirklich schon länger! Hab ich Raster aus! Dieses automatische Spielerwechsel macht mich wahnsinnig! Ja! Stören! Rutschen! Tu was! Mann! Du hast voll den Mini-Torwart! Hey, hey, hey! Wie redest du über Manuel Neuer? Der ist voll klein! Der ist voll groß! Lauf doch! Tricksal! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Gib mir doch mal den Spieler, den ich haben will, Junge! Aus der Drehung! War aber nicht so erfolgreich! Was? Tschüss! No! Der sexy Jay! Ja, nice! Geil! Schönes Ding! Traumtor aus der Drehung! Traumtor aus der Drehung in den Winkel! Das ist nur, wenn mein Torwart so klein ist! Kann es eigentlich sein, dass nur unser Spieler diesen Schuss hat? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Angst, dass jetzt wieder die Nachspielzeit anfängt und du deine Tore schießt. Jetzt mache ich das. Er läuft! Er zeigt schon! Die Abseitsfalle! Waaat! Mann! Das kann doch nicht! Jetzt will ich aber richtig attackieren. Mann! Ja, noch ist alles drin, Leute. Oh, hat der schon Krämpfe? Nee, ist vorbei. Guck dir mal an, der Beide ist jetzt richtig am Start bei mir. Das stimmt, du kommst... Die Deutschen haben sich müde gelaufen. Ja, ja. Aber du hast eine gute Passquote. Ich glaube, Toni Kroos macht ein paar Querpässe. Ja, der gehört doch nicht in Fußball, hat der Dixler gesagt. Ja, er hat auch Ahnung. Ich muss deine Spieler decken. Oh, ist das schlecht. Nein, 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 nein! Da habe ich aufgepasst. Das habe ich gesehen. Nein, nimm doch den Ball an, was tust du, Ronaldo? Nimm doch den anderen Spieler, was soll das denn? Nein! Oh, schön abgefallen. Warum stehe ich denn im Abseits nicht, Dulli? Aber sowas, Firm. Freistoß. In der Zeit der Welt, Christian. In der Zeit läuft er nicht weiter. Doch! Nichts? Schön geklärt hier. Ja, schön rausgespielt. Jetzt wird er hinten rumgepasst. Tiki-Taka, Tiki-Taka. Mit der Hacke. Los! Los! Jetzt können wir mal die Spieler rutschen. No! Was? Ja, ja! Boah, wie gut er den noch gefangen hat. Was ein krasser Heilhüter. Was ein krasser Torhüter. Aber da ist die Entscheidung, das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Dann grätsch ich dir von hinten rein. Was? Alter. Da hat der Bomber, der Money Bomber mal draufgehauen. Nein, nein. Schon wieder die gleiche Scheiße gemacht. Okay, aus allen Lagen stehen. Ja, natürlich Ecke. Tschüssler! Was ist das denn? Der Torhüter springt einfach irgendwo. Da war echt die Ecke von Toni. Mann, wie lange gibt es hier noch Nachspielzeit? Da war echt wieder so eine Ecke von Toni Kroos. Hallo! Der wartet wieder. Warum nimmst du den Ball nicht mit? So, jetzt aber. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ich habe nach unten, nach oben gedrückt. Ey, die Nachspielzeit geht wieder so lange, bis du ein Tor machst. Das ist einfach eine absolute Frechheit. Ey! Das ist... Ja, aha! Oh ne Scheiß. Irgendwann konnte Holzer auch nicht mehr das Spiel verpfeifen. Also, what the fuck? Ah, die knickten Gesichter von Deutschland. Vielleicht ist es auch besser so. Erster Sieg beim Fußball. Oh mein Gott. So krass. Nee, schwindelig. Das war toll. So krass. Ja. Dann war es das hier mit einem ersten wunderbaren Einblick hier in Tokio 2020. Oh nein, wir haben einfach den Unterschied gemacht. Gibt noch ein paar andere Disziplinen, die wir uns angucken können. Vielleicht dann auch mit noch ein paar mehr von Pete's Meet. Lasst es uns wissen, wenn ihr das wollt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und ciao. Tschüss.